Also NRW ist vielfältig und daran wird man nichts ändern können. Zum Glück, weil es gibt unglaublich viele verschiedene Menschen in NRW und das ist ein ganz großes Geschenk. Und was wir nur noch machen müssen, ist Politik dafür zu machen. Also anerkennen tun die Grünen das ja sowieso und in Zusammenarbeit mit möglichst vielen Menschen, die da auf einer Linie sind, dafür kämpfen, dass die Menschen verschieden sein dürfen, dass alle so sein dürfen, wie sie sind und unser Land weiter bereichern.